Ladies and Gentlemen, Hallo und Herzen Willkommen. Also in der weiteren Noten, Let's Funplay Heroes of the Storm. Das Problem ist, wir Trollen gegen Trolle. Ach hier, Crispy? Ja. Warte, ich will's dir nochmal zeigen. Pass auf. Jetzt, jetzt geht's ab. Pass auf. Every day I'm shuffling. Das ist ja geil. Was habt ihr genommen? Was haben wir da für Gegner? Spezialisten, 5 Spezialisten. Every day I'm shuffling. Ist nicht der dabei, ja? Leute, hallo. Das verrate ich nicht. Ihr müsst einzeln auf die Lanes gehen. Nicht zu zweit auf die Lanes gehen. Sonst können ich und Seratou nicht roam. Es gibt doch nur 3 Lanes, wie kann man da zu 5 einzeln gehen? Ich und Seratou roam noch die ganze Zeit. Ach so, alles klar. Bluffers geht los. Wir müssen rumrennen und alles schnitzeln. Ja. Da ist schon der Erste. Every day I'm shuffling. Da kommt ein dickes Fleischfälchen an. So, den Aschmodan fang mal noch nicht an. Der ist es zu früh. Wir gehen runter. Der ist zu fett. Wir gehen runter. Und der ist zu fett. Der ist zu viel Bauchspeck. Hä? Wie kann Arschmodan seine Diener unten machen, wenn er da oben ist? Hä? Was geht? Der kann sein zweit sein. Guck mal da, guck mal da. Guck mal da. Guck mal hier. Schön. Ja? Ich muss tanken. Oben können der Aschmodan gleich killen. Der kommt gleich wieder raus. Und hat nicht viel. Okay. Oh, die Kills sind viel zu früh. Ich hab den Skill noch gar nicht für die Stacks. Jaja, die Kills kriegen wir später auch noch. Wir müssen jetzt Levelvorteil holen. Das ist unser... Das ist der Sinn dahinter. Da liegt, dass wir stecken. 5 Sekunden Samen holen, Leute. Komm, wir gehen da runter. Wie machen wir das denn mit den Samen? Ja, helfen wir unten. Oh. Jetzt holen die Viecher natürlich hier ordentlich EP. Die dumme Scheißviecher. Mach gleich den Panzer da unten. Ja, wenn wir die 8-Modan haben, jetzt hängst mich still da. Ja. Wir müssen den Panzer da unten machen, der pusht. Mach den Rest, komm. Sehr gut. Jetzt hab ich den Skill. Ja, ich auch. Ach, du spielst auch über Energie sammeln, oder wie? Ja. Okay. Ist klar. Oh, hier ist Tagara. Hier ist Tagara. Tagara. Hier unten. Der hat schon längst wieder weggepimmelt. Hier macht Boss. Na, jetzt sind wir schrocken. Da ist sie. Okay. Ich glaub, die kommt sich verarscht vor. Ja, weil wir nur die jagen die ganze Zeit. Weil sie aber auch die einzige ist, die uns so geil ist. Hier, pass auf, hier. Panzer, Panzer. Hämmer, Hämmer, Hämmer. Okay. Okay, dann eben nicht. Ich geh mal Backformana, haltet mal kurz die Lane hier. Okay, aber schnell. Ich will Pflanzen holen, ich muss mal die komischen. Wollte grad sagen, machen wir eigentlich noch Pflanzen, oder? Ja, müssten wir. Müssten wir, weil die werden keine machen. Die machen gar nix, ja. Nee, die wollen das auch gar nicht. Die wollen uns die Bude einpushen. Guck mal, der Hämmer. Komm, dann scheiß auf die Pflanze. Guck mal, hier ist der Hämmer. Ich brauche hier Hilfe bei dem Hämmer. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Lord of Pain. Da weißt du, was Schmerzen kriegt er raus. Ja. Oh, ich hab ein Zagaran bei mir. Ja, ja, wir geh in die Tür, komm jetzt hoch. Wir holen die jetzt einzeln alle weg. Mach mal Boss schnell. Nee, nee. Ja, komm, komm, machen wir drei den schnell. Ich hab ein Viking und Zagaran in der Mitte. Komm mal. Achtung, da kommt zum kleiner Wixer. Ja, ja, soll er noch kommen. Was sind denn eigentlich die anderen zwei? Ich kämpfe andauernd oben gegen Asmunder. Das ist doch cool. Der ist geblockt, sozusagen. Oh mein Gott. Ist ja in Ordnung, wenn man einhält und rausnimmt. Oh, ich kriege noch mal auf einen dreckigen Schaden, ey. Wir haben genug. Wer soll's nehmen? Soll ich's nehmen? Macht's wieder platt. Ist egal. Weg, weg, weg. Könnt ihr weiter rauben? Wenn ich jetzt die Pflanze nehme. Ach, kommen wir mal zum Spaßmodern hoch. Nee, Serratool, komm runter. Komm runter. Komm runter. Ich geh hoch. Ich geh zur Asmunder ins Lane hoch. Hammer, wir holen uns wieder Hammer. So, Frosty. Jetzt wollen wir ein bisschen Druck machen hier. Genau. Das ist ja gerade. Oh fuck. Jetzt wird das nämlich das fette Schwein abhauen, ne? Das guckst du dir an. Softcam hab ich. Wie's ordentlich fliegen kann. Und weiter. Wie ist das Trollololol. Trollolololol. Komm mit. Komm mit. Wir gehen jetzt hier lang. Die Zagara, die ist bestimmt noch da hinten drin. Entweder das oder die ist zurückgegangen. Nein, ist sie nicht. Okay, pass auf. Dann gehen wir hoch. Gucken wir Mitte. Wenn Mitte keiner ist, gehen wir den Boss machen. Alles voll geschleimt. Hier, mach mal eben schnell die Minutes hier mit weg. Und dann gehen wir gleich mal in die mittlere Base. Da steht nämlich der Abator und danach hauen wir zusammen den Abator schnell weg. Der steht in der Mitte. So komm mit. So. Präzisionsschlag. So. Und ab dafür. Ass Mutter. Und jetzt gehen wir in die Mitte. Komm mit. Warte bis du getarnt bist. Und dann gehen wir jetzt hier rein. Der muss hier stehen. Der muss hier stehen weil seine Minions. Da guck mal da ist er. Der steht richtig gut da. Sehr geil. Macht weg. Wunderbar. 8-0. Sehr schön. Läuft. Wollen wir mal den Boss machen, Rainer? Kommst du kurz hoch zum Boss? Mhm. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Ich hab keine Leben mehr. Wie sind das schon rumgetrolle hier? Geil. Das macht voll Spaß. Ohne wertvoll. Wir sollten öfters gegen Spezialisten spielen, meinst du? Ich finde auch so, die Kombination ist geil, dass die zwei ständig alles rausnehmen. Ja. Ja. Aber das ist nur weil die Gegend noch Spezialisten sind. Und wir können die Rains pushen. Du bräuchst es im Prinzip jetzt noch Sivanas statt Rainer. Dann wärs geil. Ja, das funktioniert aber nur weil die Scheiße spielen. Das darfst du nicht vergessen. Die spielen Scheiße. Die können uns so unter Druck setzen, was die aber nicht machen. Wenn Zagara und Asmodan zum Beispiel auf eine Lane gehen. Der Arschmann da oben drückt, der macht die Dings kaputt. Die machen kaputt. Der reißt unsere Lane um einem. Ja, ich mach Cams. Aber tu er sie unten. Komm mal hoch. Und diesmal kriege ich ihn. Ja, meinst du? Guck mal, da ist er. Zeig nun. Jawoll, sehr geil. Ich hab das Camp fertig noch. Boah. Pass auf, die Zagara ist da, ne? Ja, das macht nix. Die U-Kaut ist eh nix. Was war das? Ja, ich bin grad in den Busch reingelaufen, um mich zu schauen. Und in dem Moment kamen ihre Geistlige in den Busch reingeschossen. Und ich war halt mega lowlife gerade. Das ist jetzt doof, weil ich jetzt einfach mal 5 Sticks verloren habe. Bäh. Lalalala. Früher haben sie so geiler Weinschwein. So, jetzt. Serratul, gehen wir runter. Wir holen uns jetzt die Zagara da unten. Komm. Aber gehst du nicht an... Oder nee, warte, wir holen uns erstmal den Hammer in der Mitte. Ja, ich hab ein Problem hier gegen den Hammer. Gegen den Hammer hast du kein Problem, wenn ich dabei bin. Warte, bin gleich da. Eingefressen. Boah, 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 boah. Boah, lernt mich raufischen. Hä? Haben die die Kumpel geendet? Oh, die macht nix mehr. Gibt ja keinen Bock mehr. Haben die das leeren Gefängnis geendet? Ja, wieso? Oh, die Reichweite ist ja voll kurz. Ja, ja, die haben das genossen. Weil's zu mächtig war. Och, Mann. Und auch deine Teleportationsreichweite haben wir, Flamingas. Ich knall den, ich knall den Schwert da. Ja, komm. Machen wir den schnell weg. Aber du hast schon gesehen. Hätte ich Angst gehabt. Boah, jetzt hier, jetzt hier. Arschmutter, jetzt wo der Böse ist, wo der Böse ist. Ach, und du, wenn der da doch voll reinwirft. Komm, komm, komm. Ach, guck mal, wer der ist. Komm, den zerhacken. Ich hab kaum noch live. Mach'n weg, weg. So, zerhacken. Vielleicht den zerhacken. Oh, den passt ja alleine. Jawohl. Ja, geht aber immer wieder vor, gell. Immer wieder. Wo, wo, wo. Haha. Ja, ich hab zu wenig live. Er hat's überlebt. Ich fass das gar nicht. Ich brauch' hier Hilfe. 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 Aua. Vergabe. Aua. Aua. Wenn du grad einer. Noch mal. Hat er da gestöhnt? Ne, ne. Ich glaub's soll er greifen. Das war aber ziemlich weiblich irgendwo. Ja, das war. An der Regen. Das war ja. Kannst du's nochmal machen? Hahaha. Boah. Nochmal. Hast du nicht Lust, das Büro pflicht zu machen? Haha. Sechs hat gleich. Du weißt, ich soll so'n bisschen richtig geil mit dir sprechen? Für gell? Ja. Ich glaub, das hat er sich auch schonmal gemacht. Ja. Ich glaub, das hat er sich auch schonmal gemacht. Ja. Bis 15. Wer geht nicht? Oh, dein Arsch wird gegrillt. Hä? Zwei Asmodans? Ja. Abatur. Abatur. Boah, Alter. Guck dir diese Minion-Wales an, Alter. Guck dir diese Minion-Wales an. Da hinkt noch Pflanze. Ach, Zagarin. Ist aber lieb, dass du irgendwo überall Tumore hingehockt hast. Das hilft dir sehr. Ah, es ungeheuer ist da. Sehr gut. Ich geh wieder zurück. Darf ich? Ja, ich ne. Ich ne. Ich ne. Okay, dann mach ich's camp. Du musst Lanes pushen. Ich mach mal Camp. Das hab ich jetzt gelernt. Wollte nicht sterben. Zeug uns. Hättest du jetzt kurz wartet können, bis ich das Camp angepusht hätte? Hätte, hätte, Fahrrad, hätte. Hätte, hätte. Guck, die muss aber jetzt noch P, gell. Die krieg ich doch immer mit der Ruhe. Du. Hey, das war meine. Nö. Nö. Wenn du die nicht fertig machst, das ist doch dein Problem, oder? Dann nehm ich's halt mit. Boah, er hat's noch geschafft. Das ist mein Zwerg. Und gleich die nächste. Oh, die holen hier unten mit'm Blattmacher. Ist das mal zu früh? Nö. Das war nur einer dran, glaub ich, die Zagarin. Das ist halt das Schöne bei solchen Sachen. Ach, schade. Irgendwer muss da unten mal die Mini-Win-Sex machen. Hast du da kommt? Der hat's gut. Den holen wir uns jetzt, komm. Ja, guck mal allein. Lass mich schon mal allein machen, Mann. Geh die mal weg hier. Mach die mal alles allein. Mann, ich will auch mal was machen. Mach Camps. Okay. Mach ich den hier Hardcam? Ne, mach den hier Softcam. Oh. Keep up the pressure. Ja, wurde. Ich höre den Druck. Ich wäre so gerne eine Katze. Schraube. Schraube. Das ist meine. Nein. Nein. Ich hab kein Geld, hab keine Ahnung. Doch ich hab ein großes Maul. Das Schlimme ist, die Kopie von Abatro gibt halt einfach keine, kein Stack. Das ist halt nicht so. Wenn man tilt oder was? Naja. Guck mal hier, Zagara. Guck mal hier, Zagara. Lass mich schon hoch. Lass mich schon hoch. Lass mich schon hoch. Ich denke mal Schiss, wenn er sagt, guck mal hier, Zagara. Dann tötet ihr meistens die. Ja, das tötet ihr noch. Das tötet ihr noch. Das tötet ihr noch. Hier kommt, wir machen wir das safe Camp. Komm, komm, komm. Nee, ich muss im Blüsch sitzen. Ich muss nicht. Geil. Du brauchst noch mal lange um so ein Tief. Die runde ist der Panzer. Bitte. Machen die Wikinger eigentlich nichts. Ich bin noch schneller, wenn ich will. Aber ich spare mir meine eigene Fähigkeit. Die kommen hier. 100% Regeln oder wie? Mein Wikinger. Gekessen. Gekessen. Ja, sehr schön. Das klappt jetzt. 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 Da liefert man so geile Vorgaben. Guck mal hier. Du seine Uwe. Wo war der? Hier unten im Gebiss. Geil. Der kann einfach nicht in der Base bleiben. Nee, Spaßmodern. Tötet Spaßmodern. Spaßmodern Push. Demand to it. Demand to it. Demand to it. Der kommt doch eh nicht weit. Äh, der tötet dich, Serhatur, wenn du die jetzt angreifst. Der tötet dich. Wenn der halbwegs was kann, nimmt der dich einfach an. Nee, der hat dein Strahl gerade raus. Aha. Saggara taus. Ich bin gleich bei dir. Ich bin gleich bei dir. Dann tücken wir. Glaub mir, feindliche Saggara. Die bleibt da schnell. Die hat die falsche Schicht, oder was? Mein Gott. Ich sag, was hab ich dir gesagt? Stell dir mal gegen Astro da so. Das ist halt... Was ist da unten los? Oder rum? Oder rum? Ist einer von uns gestorben? Mhm. Nee. Was ist da los? Gummihühner ist. Astro da gegen Nova. Du kommst perfekt vor Astro da mit Nova. Hast vergessen. Ich hätte jetzt gern 200 Schädel. Schädel? Ja. Schädel? Dann geh mal raus. Also was ich meine. Geh mal raus aus dem Game, mach mal ein neues. Resident Evil. Jetzt können wir mal das Spiel. Jetzt machen wir mal das Spiel. Jetzt machen wir mal das Spiel. 5 Stunden lang. Tribut oben. Tribut, Tribut. Bis der Gegner raus geht. Ja, Tribut. Geht's noch? Oh nee. Ich hab grad Mana aufgeladen. Wenn du Schädel haben willst, dann will ich Tribut haben. Okay. Mach's weg. Was? Schädel? Nein, das pflanzt den. Oh oh, unten. Mh. Aber scheiße. Oh, der Abateur kommt zu euch. Rea. Mit den Cashschiff. Mit den Cashschiff. Nicht dumm. Sowieso. Wenn der denkt, dein Team geht nicht raus, dann gehe er nicht raus. Genau. Wenn der denkt, der muss denn so spielen. Ja gut, also es kann schon ein Vorteil sein. Das haben wir vor dem anderen Abateur vorhin auch gesehen, ne? Den wir nicht gekriegt haben. Der hat das halt gut gemacht. Der war jetzt nicht so gut. Komm oben noch und dann haben wir 200. Ich muss weg. Muss weg. Ja, achst. Wir hatten jetzt die Pflanze eingenommen. Wolltest du nicht? Mann, ich will doch 200 Dinger haben. Der kriegst du ja theoretisch. Die kannst du doch trotzdem weiter einsammeln, auch wenn die Pflanze da ist. Das ist doch scheiße. Oh, guck mal da. Alle Schafe. Alle Schafe. Alle Schafe. Alle Schafe. Ich muss den Raynau noch helfen hier. Ach, ich war doch draußen, ne? Ja. Spaß modern. Okay, wir stellen uns jetzt einfach vor, er hätte die Pflanze nicht genommen, dann würde da jetzt 200 stehen. Ja, ist richtig. Okay. Ich glaube, damit kann ich leben. Einfach immer Katastrophen mit den Buben. Furchtbar. Die Zagara bummen sich noch. Für alle könnten wir jetzt hier mal so 5 Stunden Spiele in dem Spiel. 12 Millionen EP fahren. Schön EP holen, genau. Bis die Gegner rausgehen. Dann kriegt der Quispy, was denkst du, wenn der Quispy 2 Stunden hochladet? Ja. Ey, das wär geil. Komm. Hör auf. Schreib sie wieder. Rückzug. Lass sie mal im Tisch emposchen. Ich bin nicht betrunken. Digga. Wer ist betrunken? Der Lico. Ich bin betrunken. Ich bin betrunken. Ich bin betrunken. Wie die kleinen Peniszwerke folgen mir. Ich hab'n kleinen Penis. Ehrlich? Zeig mal. Zeig doch mal. Ich will'n kleinen Penis sehen. Ich hab'n noch nie'n kleinen Penis gesehen. Ich will gebannt werden. Nein. Du wirst erst gebannt, wenn du deinen Penis gezeigt hast. Ich hab'n Penis auf meinem Fenster. Ich hab'n Penis auf meinem Fenster. Ich hab'n Penis auf meinem Fenster. Auch schade. Ich wollte doch noch seinen Penis sehen. Ja, aber der hat so scheiß Rückkopplung, weißt? Das ist... Okay, den hab's dann gehört. Ja, lass' das Monster in Ruhe kommen. Braucht'n wir net. Nimm' das Monster net. Ja, was denn? Ach, du brauchst das Monster doch gar net. Ja, aber die Samen. Das sind meine Zwerge. Da scheiß drauf. Der macht einfach meine Zwerge kaputt. Wir wollen doch EP sammeln, Mann. Also, dann komm mal her. Crispy, komm mal her. Ja, okay. Zu mir. Nimm' mal auf. Hier. Splaffer, der Noob opfert Monster. Ja, aber genau. Ach du Scheiße. Daher die falsche Tasche drückt. Ja, scheiße. Ich lach' euch so aus, wenn wir das... Wenn wir das verlieren. Guck mal auf'n Chor. Da rennt' ein Haufen blaues Zeug rum. Gau, 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 gau. Geht mal alle zurück. Zieht euch mal alle zurück. Komm, wir machen so'n 30 Minuten Aufnahme draus. Ne, Leute. Kommt ehrlich, das macht man nicht. Doch, das... Oh, jetzt fängt leider mit einer an. Genau. Richtig. Richtig. Also, ich bin nur dafür. Ich stelle mich aufs Nexus und dann tanze ich. Das war, glaub ich, genau der, wo ich das geschrieben hab. Wo ich das geschrieben hab. Ja, ja, das war der. Das war der. Wer? Welcher? Das macht man aber nicht. Das ist unfair. Der Sieg, der Voss. Welcher ist das von der? Das einziges Unfaire... Einfach mit Minions zu Bomber. Das einziges Unfaire ist, dass man hier nicht, äh, ich gebe aufklicken kann. Ja? Und solange es diesen Knopf nicht gibt, werden die Gegner auch gerne mal ein bisschen geärgert. Ich will die peigen. Genau. Ja, ganz still. Können sie jetzt killen, werden die Gegner immer killen. Die Gegner könnt ihr auch mal aufgeben, wenn sie merken, dass nichts läuft. Machen sie aber nicht. Also, werden sie geärgert. Werden sie geärgert? Dann werden sie geärgert. Dann werden sie geärgert. Wenn der Helden killen. Der Ratwulf stirbt jetzt. Ihr müsst auch nicht alle, äh, jetzt killen. Lasst mal ein paar leben. Ja, einer lebt ja noch. Ich gehe ja mit einer Null raus. Lasst du mal. Komm, ich, 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 äh, lass mich jetzt töten. Ich? Ja, du, da greift das Nexus einer mit. Ich kann es keinen Problem. Ich kann es keinen Problem. Was da alles klappt. Da nehmt sie auf. Ja. Scheiße. Nein. Ull. Ares. Lasst du mal defen. Komm, lasst du mal defen. Ach, hey, na komm. Nein. Herausforderung. Die Minions müssen den Nexus bekommen. Genau. Wir gehen alle zurück. Wir holen jetzt die 200 Samen. Gibt doch leider keine speziellen Erfolge. Gibt doch leider keine speziellen Erfolge. Macht. Ich hole unten. Ja, aber ich hole oben. Ich tu die Zwerge. Und vor allen Dingen will ich mal Held des Sturms sehen mit 20 Kills. Bin ich schon längst drüge. Ich wollte gerade sagen, der Verratour ist noch nicht gestorben. Gibt es da eine spezielle Ansage oder sowas? Ja, ja. Da steht dann, sagt er dann, Held des Sturms. Das will ich mal sehen. Ja, kriegst du ja nicht, weil du ja nie, weil du ja immer irgendwo rumeierst. Ja. Rumeierst. Kriegst du ja nie. Ihr müsst halt die Leute auch mal leben lassen. Ihr könnt dann immer alle töten. Doch, können wir. Siehst du doch. Nee. Mann, Bluffer, sag mal, was du bist doch der Chef hier. Zeig denen doch mal, wie es dann aufhört, die Gegner zu töten. Oh, oh. Sagara, wo ist Sagara? Ich bin oben. Asmodan, der will ich nicht, der ist zu fett. Den holen wir, den holen wir jetzt. Komm, den holen wir jetzt zu zweit. Bluffer, hilf mir mal. Achso, bist du schon nicht fertig? Ja, wie denn? Bist du nicht fertig? Ich bin ja selber tot. Total. Ja, aber wie willst du denn 200 anzeigen, wenn das Ding wächst? Wenn du das Ding nicht nimmst. Achso. Ja. Doch. Oder? Nee, dann sind ja 100, ist ja so oder so verbraucht. Aber ich hab das schon mal gesehen, dass da 200 steht. Ja, natürlich. Ey, der Arbeiter ist so verdammt schlecht, oder? Wenn denn, dann musst du aber nochmal sammeln quasi, weißt? Dann musst du jetzt sammeln und dann nochmal, bevor der Sammel wächst. Oder wenn man 99 hat, muss man alle sammeln, das Ding einnehmen, dann hat man direkt zwei. Schneller, du musst schneller die Bosse killen, dass bevor das wächst, die Zahl 200 dran steht. Okay. Das sind Wikingern, by the way. Das sind Kabautor. Oder man nennt sie auch Galier. Das sind Klabuster. Wer geht denn da auf den Chor? Was ist denn da los? Nein. Die Pflanze geht auf den Chor. Pfui, Pfui, nein. Die Pflanze hat ja auch kein Hirn. Die Pflanze ist eine Pflanze. Macht alles kaputt. Wir haben noch eine Pflanze. Drück mal auf. Sind die eigentlich jemals jetzt rausgekommen? Der Seratool, Alter. Ja, macht er jetzt mal. Drück mal auf Pflanze verlassen, bitte. Muss ich alles vernichten. Nein. Alles nett. Du musst nur das Ding vernichten, die Gegner. Wollen wir die machen. Korn kaputt. Was ist das? Oh Mann, nein. Nix da. Ich gehe mit Null raus. Blöder Panzer. Fuck. Ich wollte einmal hin. Sie reparieren die Scheiße in der Klasse. Warum reparieren Sie die Scheiße? Nein, sie reparieren. Alle zurück, alle zurück. Alle zurück. Ich will, ich spenden, Junge. Ich will spenden, Mann. Ich will, dass das Game schnell vorbei geht. Alle zurück. Sind die Gegner überhaupt noch drin? Ich muss recken. Kommando zurück. Die sollen das Ding wieder auf 100% holen. Nein, nein. Ich habe da keinen Bock drauf. Nein, das sind doch Trollinger. Dann lass doch auch ein bisschen trollen. Nein, ich hole noch 1,75. Dann lass doch rein rennen, Bisbee. Was? Dann lass doch ein Ares rein rennen. Wird dann schon sehen. Oh, jetzt ist die Pflanze kaputt. Die Pflanze. Wer war das? Zeig und was. Drei Pflanzen in einem Spiel. Kaputt gemacht. Ja, total. Ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt machen wir alle Camps. Dann müssen wir dann... Was scheitest du? Ich sage euch, die kicken zwei weg. Dann haben wir hier einen Cooldown von über 60 Sekunden. Und dann kicken die unsere Basis weg. Also ich sag's euch. Super stopp. Nein, die kicken gar nichts weg, weil sie zu schlecht sind. Ja. Oh nein. Ich ahne, ich lebe. Wir machen jetzt alle Camps, dann müssen sie die Camps defen. Jawoll. Okay. Jawoll. Zeig, was das wieder EP gibt. Jawoll. Mein Gott. Ich mach's Hardcamp oben. Oh Gott. Chris, wie nimmst du das dann auf? Ja, auf jeden Fall. Das wird hochgeladen. Der Quiz will ich halt ein kleines Satischt. Ey, das wird so ne so viele Dislike geben, wenn die Leute... Das ist sehr gut. Jawoll, das ist sehr gut. Die Likes oder sowas. Das gibt ne super, äh, Ding hier. Dann kannst du doch schreiben, Heroes of the Storm Team Level 30 erreicht oder so ne Scheiß. Mach mal, mach mal. Wieso alle ihre Ultis auf mich drauf hämmern? Ja, geh doch mal weg da vorne jetzt. Wiffe, das Zwergschiff, ja cool, die alle auskappen. Das ist doch krank. Der Anna ballerts ganze Fisch. Der seid doch einmal noch krank. Jetzt treffen wir uns bitte mal alle in der Base hinten zum Kaffee trinken. Nein, ich will das pushen, ich will das töten. Ich will töten und pushen. Nein, ich geh jetzt in die Base. Es geht mir ums töten, es geht mir ums pushen. Ich will einfach nicht, ich will schlafen, Mann. Ich will jetzt unbedingt schlafen, Alter. Ich wollte mir mal kurz was zu trinken. Ich bin einfach nur Fan, Junge. Hey, hey. Und Bluffer, wie sieht's aus? So, kommt her. Weiß ich nicht. Die sollen das allein machen. Wenn die jetzt alle drei sterben, dann lach ich so aus. Nein, die sterben nicht. Ja, leider nicht. Nein. In Unterstützung. Ja. Die sollen das Ding hochreparieren, Mann. Wow. Au, 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 au. Hier ist der Ding rein. Jetzt würde ich mich aber zurückziehen, gell? Abatour. Oh mein Gott, Mann. Abatour. Ist er da bescheuert, Mann? Ich brauche noch 0,75 Kills. Jetzt würde ich mich aber mal zurückziehen. Hier Abatour. Genau, schnappt euch Abatour. Im Busch. Der ist bestimmt schon da links weg. Nee, der bleibt da drin. Nein. Das ist so assig. So, 200 Samen, bitte. Hey, komm, wir testen mal aus, was das Maximallevel in dem Spiel ist. Genau, das machen wir jetzt. 30 maximal. Ist es? Das hat's schon noch nie. Ja. Ich will aber wissen, was da passiert. Ich hatte mal 28 gehabt. Oh, das ist 30, das Maximallevel. Weil du musst mal auf Johanna Übelstuft anklicken. Die sagte dann, äh, was? Hier gibt es keine Paragonenstufen, nur Level 30. Wenn du die Übelstuft anklickst. Oh, die sind tierische Akku auf mich. Hilfe, die kriegen mich. Ich hab das Nest zerstört von Abatour. Ich hab das Nest zerstört von Abatour. Und jetzt geht's nämlich los. Und jetzt geht's nämlich los. Jetzt sterben wir alle. Jetzt kicken die uns in die Haus. Das wär geil. Wenn ihr jetzt seid gewinnen, dann gönn ich's den doch. Nein, geht nett. Wir sind viel zu schlecht. Geht nett. Nee, die haben uns, die, 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 die nehmen jetzt ihren Zaubertrank. Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Der Game macht mit deinem Herzen nicht. Der hat einfach, willst du mich verarschen? Kann man das Ding eigentlich einfressen? Nee, schade. Ey, der, der GM, der das Lied da sagt, wollt ihr mich verarschen? Ihr habt ne 5 Spezies angemeldet. Und redet von die Trollen uns. Aber ich glaub das Match haben die sich irgendwie anders vorgestellt. Verscheid. Ich glaub auch. Ey, das ist aber auch ein Pech, da gegen ne Premate-Truppe mit 2 Staphern anzutreten. Komm, 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 den, 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 den Assbruder, komm. Dann sehen wir schneller. Der hat die Ulti nur rausgedrückt. Jaja, lass ihn doch. Scheiße, du hast's. Mach weg, mach weg, drück mal R. Drück mal R bitte. Nein. Drück mal bitte R bitte. Mach deine Ulti mit R bitte. Ich will nur diesen Chor auf 1% bringen oder auf 5%. Mach mal deine R, komm. Warte, 5%? Ja. Nee. Von den Minions einfach nur verantworten. Da rennen doch zu den Minions rum. Mach Abatul down, komm. Jawohl, schön bitter. Ja. Oh, wir müssen den ganzen Scheiß-Drecks-Ultis raushauen. Alter, die Wixel, die Wixel. Abatul. Also wenn's eins hier, also ganz ehrlich was... Nein, ich verhindere das, dass du die Zitadelle zerstörst. Genau. Kannst du den schilden oder so? Ja, ja, klar. Er kann sein Ulti auf die... Seratul, pack deine Ulti auf den Chor. Bitte, 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 bitte. Mach deine Ulti auf den Chor. 1 bei 1%. Genau, genau, mach. Er darfst du nicht vernichten. Was ist denn das für ein Schlachtfest hier? Schilde das Ding, Mann. Der darfst du kaputt machen. Was, 14,75 Tote? Was ist denn das? Ach, hör doch auf. Aris, hör auf. Schilde bei Aris. Schilde bei Aris. Ach, Mann. Ich war nicht mal Heldestor. 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 Aber ehrlich. Oh, 203.369 Gebäudeschaden, Alter. Boah. Das ist krank. Das hätten wir mal auf 500.000 oder so hauen. Aber du hast 265.000, ach du Scheiße. Gebäudeschaden. Oh Gott. Heldenschaden. Aber die Erfahrungspunkte, ey, das ist total krank. Ich sag nur, Hero Demo hat 990. Ja, wir hätten locker 500k machen können, ey. 89.000, 89.000. Ladies and Gentlemen. Drei Mal gestorben, haha. 46 zu 8. Ladies and Gentlemen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. 5 Kids mehr als du. Wenn ihr es auch gerne hattet. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat. Wenn ihr auch ab und zu so komische Sachen macht, sagt Bescheid. Lasst mal einen Kommentar ab. Dankeschön.